Fußball verbindet. Das gilt vor allem in schwierigen Zeiten. Beim Verein Spielerspaß in Niederösterreich wird dieses Motto richtig gelebt. Dort werden seit Jahren Menschen mit Beeinträchtigung gefördert. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit haben so viele ganz spielerisch zusammengefunden. Hier hat alles begonnen, im Waldviertel in Niederösterreich. Wir sind heute hier in Schwarzenau. Das hat einen besonderen Grund, weil wir besuchen nämlich eine betreute Einrichtung. Weil ein Training am Fußballplatz nicht möglich war, ist Trainer Nico einfach zu den Fußballern nach Hause gefahren. Das war der Start für das Projekt der Heimkicker. Und jetzt, ein halbes Jahr später, gibt es diese Trainings an mittlerweile vielen Orten. Ja, das Projekt hat sich in fünf Bundesländer ausgeweitet. Es sind über 20 betreute Wohngemeinschaften dazugekommen. Über 100 Spieler wurden wöchentlich trainiert oder werden auch weiterhin wöchentlich trainiert. Mit vollem Einsatz direkt vor der Haustüre. Mir gefällt das da. Wir müssen das viel öfter auch machen und so. Es ist super. Auch wenn es für Nico und sein Team ein extremer Aufwand ist. Es soll noch mehr dieser Trainings geben. Momentan sind wir in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und dem Burgenland. Und natürlich hängt das auch immer sozusagen von der lokalen Gegebenheit ab. Wie sind da die Sicherheitsvorkehrungen? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Aber im Grunde genommen läuft das Projekt sehr gut. Mittlerweile ist auch Ex-Nationalteam-Spielerin Nina Borger als Trainerin dabei. Eine extra Motivation für die Spielerinnen und Spieler. Vor einem halben Jahr hat es hier im Waldviertel begonnen. Mittlerweile sind es viele, die daheim kicken. Fußball verbindet eben. guessed Ziel. Vielen Dank.